Ja, einfach dieses Spiel auch richtig einordnen und relativieren. Wir haben heute unterm Strich trotzdem nur ein Spiel verloren. Klar ist es sehr ärgerlich, weil es sehr deutlich war. Und da besteht dann immer die Gefahr auch drin, dass du das so ein Stück weit mehr mit dir rumträgst. Und deswegen werden wir heute und morgen da ganz deutlich drüber sprechen. Und dann aber auch einen großen Strich drunter machen. Weil eines hat uns in der Vergangenheit immer ausgezeichnet, dass wir sehr schnell auch Rückschläge, auch stärkere und heftigere Rückschläge gut verarbeiten konnten und dann schnell wieder in der Spur waren. Und das gilt es halt dieses Mal auch sofort zu machen. Wir haben bei Bayern München verloren. Wir haben zu hoch verloren. Es schmerzt heute. Aber es soll auch mal schmerzen dann einen Tag. Und dann geht es aber auch wieder weiter.